Musik 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 Yo, servus Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer Destiny am Start für euch. Domination of Scrappered Dabei haben wir wieder den unterbelichteten Eardreams, ach nee, ups, der ist ja rein zufällig aus der Party geflogen. DX Genetic, bebraved Vielleicht verlinke ich ihn, aber vielleicht auch nicht, ich denke mal eher nicht. Ja, vielleicht nutzen wir auch einen. 5, 4, 3, 2, 1 und ab geht's. Farmers routet hier Streifen, sollte eigentlich Lockhead Triple Nuke werden. Eigentlich easy going. Ja, Logo. Das kann ich ja nicht spielen. Ja. Echt? Spielt ihr die mit der Weiteren? Ich bin unter der Map. Keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber ich bin an. Ich bin Host. Glaub ich zumindest, ich hab die 19er gesehen. Ich hatte eben einen, hol jetzt nicht mehr. Jetzt hab ich hinein. Oh, Marco. Unser Erweck, seine K.D. Tschüch, Alter. Wie ihr mich tut. Was ein Wichser. Ist jetzt meine erste Runde übrigens. Ich glaube, ich bin echt Host, Alter. Wie ich die Gegner halt droppe. Tschüch, ich muss mir halt mal treffen, Alter. Wie immer. Tschüch, ich spreche, der frackt mich an, Alter. Die Tuben hier schon wieder viel zu stark. Wäre es mit meiner erste Runde, würde ich den jetzt in den Nuke reindrücken. Ich drückte ihn gleich mit dem Schwanz rein. Iiiiih, schau da, ne. Er hat rein gesagt. Was ein Opfer, Alter. Er liegt da. Er liegt im Last Stand und tötet mich fast mit Flashbang, die er mir an den Kopf schmeißt, Alter. Dann hat er mich sogar noch gekillt. Wo kommt dieser Jude jetzt? Ja, ja, alle haben Schmerz mit Lea. Ich schaff ja noch nicht mal einen in den Kopf, Alter. Wollen alle so kackerspielen, ne. Hast aufgenommen? Aha. Der war gut, Erik. Lange schön. Ah. Fick dich, Alter. Ich hab eh noch einen UMP silenced gelegen. Boah, wie die Tuben, ey. Der war schon wieder auf mich. Ey. Wo ist denn noch einer runter, ja. Ja, Erik spielt noch nicht mit. Ja, Mann. Ich hab Akimbo Spaßzoll freigeschaltet. Und Akimbo war red. Hä, war der? War der Harry nicht eben noch feindlich, Alter? Marco, wie gestern, gell? Daniel, wir hatten gestern einen Harry, der war feindlich. Dann wollten wir den runter schießen, auf einmal war er unsere. Kein Scheiß, gell? Erst dachte ich, ich fantasiere, aber Marco hat's auch gesehen. Ich hab nur gehört, dass ihr wieder mal geiern wolltet. Hoppfer, Alter. Painkiller hat die... Mit... Doch auf, ja. Ey, Mann, ich kann doch nicht spielen. Ey, Telefon, wartet mal. Hoppfer. Okay, Alter, ich spiel auf 3, jetzt bin ich mir vor wie 10. Ich hätte echt ne Runde vorher einspielen, eins machen sollen. Mich einzuspielen. Ach, keine Sorge, ich bin wieder da. Ach, zum Glück, Daniele. Aber ich geh dann was essen nach der Runde. Verzeih. Ich weiß schon, du ernährst dich von Dörrfleisch, aber... Den nehm ich gar nicht, aber ich spiel... Ich spiel ein Roboter. Ich hab gedacht, die Roboter spielen besser. Ich hab voll Angst. Ich hab's hier kriegen, aber... Zu viel Gegner ist. Ich hab voll. Sehr schön gemacht. Er hat Pille. Er hat Pille und dann tötet er mich. So ein fettes Kind, Alter. Oh, Gott. Ich glaub, ich mach mir dann auch mal Painkiller rein. Spiel ja eh jeder damit. Aus, Erik. Ja, ich spiel mit... Ich spiel mit... Ich spiel mit... Ich spiel mit... Ah, wie heißt denn der Scheiß? Copycat. Triss, 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 Triss. Ja. Ich hab nirgends wo Todesärer drin. Triss, 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 Triss. Ja. Ist ja so krass überpowered, Alter. Hab ich es lieber nicht. Er hätte mich getötet, ich wäre direkt rausgekommen. Ich bin ja Host. Ich vermute stark, dass ich Host bin. Also ich finde die Connection richtig geil. Was ist da? Kann ja so schwer sein, einen Nuke zu machen, aber gegen solche Leute kriegt man einfach keine Nuke, alter. Ich gebe dem 2. Was hat das Spiel eigentlich gegen mich? Jetzt hat es sogar bei mir gelebt. Ach du nicht? Nee, ich finde neben Penkele ist auch Eliminator das Beste, was es gibt, alter. Ich werde schon wieder angetubt, alter. Der wirft den Celtics genau auf mich. Mein Aim, gell? Oh mein Gott, ich glaube wir hätten erst so ein 1 gegen 1 machen. Haben wir doch, weil es nicht mehr hat. Halt's Maul. Halt's Maul. Halt's Maul. Halt's Maul. Halt's Maul. Ey, was hat das vielleicht gegen mich? Ja. Ähm, ich könnte es dir sagen. Halt's Maul. 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 oder ne Gegner Angst hier raus zu gehen Also ich geh jetzt was essen, ciao Hau rein Er hat Pille, alter Nein Hallo Ich könnte noch vielleicht Nuke machen, Alter Ich bin kurz für Harrier Aber ich kann mich nicht bewegen wegen der scheiß Harrier Ich bin tot Die Verbindung ist grad aber echt nicht so gut, gell? Wenn ich Hose bin, haben eigentlich sind sie mir alle vorbar Vielleicht lädt jemand meiner Familie was runter Ich war doch grad bei A Sippels, Alter Ich war doch grad bei A Sippels, Alter Ich war doch grad bei A Ich war doch grad bei A Ich war doch grad bei A Sippels, Alter Ich kapier die Welt Ne? Ich dachte eigentlich die ganze Zeit diese ST Shady würde fair spielen Aber er spielt mit Pille Und wie viele da waren Jetzt hätt ich nem 16 gebraucht Du kommst mal schießt zu lassen Jaaaa Hab sie Hab sie Hal, der war's ne Runde Du beschwerest dich Ich hab hier 61 Kinder Jaaa Jaaa Junge Weil ich bin immer auf der AC gestorben Jaaa Der klaut mir Der klaut mir die Kills Dieser Bastard Ey Ey Ich Stereb im Haus »Finde urnen« Seht »Finde urnen« »Finde urnen« » ersten E »Finde urnel Wide« Nein, was für ein Endscore, Alter. Jetzt wünsch ich mal ne Zweiecke. Am Schluss ging ich eigentlich ganz gut ab. Ich hab ihn schon eingeladen. Habst du Maurice eingeladen? Nö. Ich lad Maurice ein. Ich hab dich nicht gekickt, du spiel nicht mal aus. Daniel. Marco Wotemer. Daniel. Daniel ist nicht da, der ist. Ach ne, Team Deathmatch, Alter. Ja. Geht der raus und hat mich ein. Mhm. Ach. Mhm. 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 Ops. Oh, mein Herz war falsch rum. Ups. Ich hab's falsch rum angezogen. Sorry. Angezogen? Angezogen. Ja. Das ist doch noch hoch, oder? Problem. Blöhm. Ey, ich schlag mal Leute ein, ob wir das tun haben. Ne. Ich mach grad Joe Dokumente, dann geh in ne eigene Party. Oh mein Gott, Marco, wir spielen da mit 3, ist ja bewusst, gell? Ja, gleich. Ja, nach deinem Turnier. Ja. Ne, aber Maurice lädt keinen ein. Wir alle, wir alle immer auflöscht werden. Ja, wir joinen die nach, Alter. Warte mal ab, wenn du die, äh, die, ein paar Roll to Commander siehst, Alter. Wie die beiden, die mir nachgejoint sind, äh, nachgejoint sind und dann getubed haben, Alter. Was ich mir überlegt hab, was wahrscheinlich eh jeder machen wird. Call 3 Ghosts, Roll to Commander incoming, Alter. Take them down! Ja, ich hab da auch schon dran gedacht. Mal schauen. Das wird eh jeder machen. Was denn? In Call of Duty Ghosts, Roll to Commander, da hab ich auch schon dran gedacht. Ja, ich mach das jeden Fall. Ich weiß es noch nicht. Kommt ihr mir auch eine Idee? Mach das schon voll jeder aus, ne? Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen, dass das viele machen. Ist ja auch klar, oder? Ich mach's auch. Ich seh keinen. Ich komm nicht mehr drauf da, ey. Ich karagiere mal kurz, glaube ich. Fick dich, Alter. Er spawnt hinter mir. Das ist so ein Rotz, Alter. Ich hatte 4-0. Ja, ST Shady, Alter. Ist so eine Missgeburt, Alter. Ist so unfair, wenn die eigentlich hinterher sind. Ist so unfair, wenn die eigentlich hinterher sind. Ich mach's jeden Tag dann selber mal. Der kommt wohl jetzt schon wieder bei mir. Der kommt wohl jetzt schon wieder bei mir. Fick. Fick. Ja, lass mich geiern, ey. Nein, ist leck. Da rein. Ja, ich war da rein. Hey, ich werd angetubt und dann sterb ich, Alter. Nur lappend wieder. Fick. 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 Wissen die eigentlich immer auf mich, Geier, ne. Das ist... so unmenschliche. Nein. Guck dir das an, ey. Guck dir das an. Okay, warte. Ich bin mal kurz weg. Ja, ich hab's gesehen. Ich will endlich mein Intervention auf Erweiderte. Ich muss Wallbang kills, man. Das fuckt so ab, ey. Ich muss ewig greifen, aber mit Schumke. Was Shotgun ist, geht schnell, Alter. Es ist easy. Da muss der nur Kills machen. Ja, genau. Ja, in der Menschen brauchst du Wallbangs. Ne, echt. Es gibt allen Waffen außer den Shotguns. Oder ganz alle. Begant mich doch noch ein paar mal, bitte. Komm mit eiskalt auf den Süden. Das war der Weg. Was ist denn das für eine Autosystem? Was ist denn der Weg? Was ist denn der Weg? Keine Ahnung, es sieht nicht der Mensch drauf. Das ist der Weg! Ja, will der mich verarschen, Mann. Was ist denn der Weg? Ich will der auch ... Was ist denn der Weg? Was ist denn der Weg? Saubere Marker. Stabilo. Ich krieg nur Assists, ey. Pah, das ist dick ab. Immer Assists. Immer die Meister. Au mann. Wenn ich eins vom Harry, dann wär wenigstens die Cobra weg gewesen. Ja, genau. Wer war denn der? Ja, genau. Keiner. Scheiße, next case. Oh, mit meiner Aufgangsordnung, wenn ich kurz vor was bin, ey. Oh, Marco, stabil. Ah, wie es aussieht, also auf welche Empfindlichkeit spielst du? Äh, 6. Sah aus wie Zwantik. Okay, Jungs, das war's mit Troll to Commander. Ich nehm jetzt die nächste Folge gleich auf. Also haut rein, bis demnächst. Servus.